Ja, jetzt gibt es mal wieder einen legendären Sonntagfrühmorgenskracher vom Olli. In der Stelle auch, kann ich an der Stelle nur sagen. Oder wie sage ich doch immer wieder so gern, der Fachmann staunt, der Laie wundert sich. Bedanken dürft ihr euch beim Karl-Heinz ein Megagracher. Ich muss auch vielleicht ganz kurz ausholen. Also, manche schreiben, Olli, ist das Lachen fähig und was soll das? Drei Sachen sind mir im Leben ganz wichtig. Ich kann über mich selber lachen. Das ist eine Fähigkeit, die manche abhandengekommen ist. Ich habe ein bildliches Vorstellungsvermögen bei Witzen, die einfach besonders sind. Und das Dritte ist, ich erzähle für mein Leben gerne Witze. Und die Kombination macht es einfach. Also, jetzt Kopfkino an. Ein junger, gutaussehender Mann kommt zur Zulassungsstelle hin am Dresen. Eine nette, gutaussehende Mitarbeiterin der Zulassungsstelle. Er guckt sie an und sagt, sie hat gerne eine rote Nummer. Dann sagt sie, ist jetzt aber schade. Dann kommen sie drei Tage zu spät. Dann kommen sie drei Tage zu spät. Dann kommen sie drei Tage zu spät. Leck mich am Arsch.